Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft, hier mit mir, dem Torbot, hier auf meinem Gaming-Kanal. Okay, ich habe gerade eine Nachricht, richtig, sorry. Ja, wir sind hier gerade dabei, unseren Fluss zu schmücken, wie man sehen tut, sieht, sieht. Wie heißt es denn? Mein Deutsch ist nicht so gut. Ja, Bambus ist hier schon mittlerweile gewachsen, ich stand hier ein bisschen rum. Und ja, haben hier ein Bäumchen hingesetzt, haben Bambus hier angepflanzt, eigentlich sieht es ganz nett aus. Und jetzt auch mal am Tag halt gesehen, nicht nur in der Nacht, haben wir hier noch ein paar Büsche hingemacht gehabt. Ja, das finde ich halt wirklich cool, weil wir ja diese Blätter hier haben, man kann halt coole Büsche machen. Anstatt einfach so einen Block da hinzusetzen, sieht das sofort hübsch aus, weil es einfach rund ist. Oder abgerundet ist. Das finde ich ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob ich da noch einen Erdblock hinsetzen sollte. Aber das können wir uns ja dann überlegen. Ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen hier mit meinem neuen Computer am rumwerkeln. Hab die Datei jetzt ein bisschen kleiner gekriegt, mal gucken, ob ich das jetzt bei bleibe oder es noch kleiner machen werde. Muss ich mal sehen, wie es jetzt hier ist, wenn ich am Tag aufnehme. Äh, ja, das haben wir so gemacht. Hier würde ich das so bei belassen. Das lassen wir auch so. Und kommen wir hier hin und... Machen wir da nochmal ein Lagerfeuer hin. Da wollte ich ihn nicht haben, ich wollte ihn da haben. Und da dann... Ja, ne? Da machen wir aber noch Schilder dran. Ich hab jetzt natürlich gerade keine. Ah, komm, die holen wir jetzt direkt, sonst vergess ich das. Äh, ach, wir können auch mal laufen. Und danach sind wir auch schon bei der anderen Seite dann angekommen. Äh, Akazien-Schilder haben wir überall benutzt, deswegen nehme ich die jetzt nochmal. Haben wir denn überhaupt Akazien-Lock? Inventar wieder rappelvoll. Da haben wir den Stöcker. Moment mal, wir können jetzt zumindest mal die Spinnen-Augen hier reinpacken. Äh, ein Stick. 25 Sticks. Jetzt haben wir auch mal neun Schilder gemacht. So. Ah, ich finde das schon schön mit so nem Shader. Das ist mal was anderes. Macht man kriegt ja wieder richtig Spaß. Hat sich nämlich mal ein bisschen was geändert. So, wir machen jetzt hier die Schilder dran. Ah, das ist jetzt mal hier auch so ein bisschen im Busch, aber meine Güte, so ist das beim Campen, ne? So. Die Bambusse hier wachsen noch. Weiß nicht, ob ich hier irgendwo auch noch so ein paar hinmachen sollte. Man muss ja auch mal bedenken, wie sieht das immer von außen aus, ne? Aber hier so. Gucken wir mal. Lassen wir es mal wachsen. Wenn wir dann hier so entlang gehen. Das ist alles ganz schick. Wassermelonen können wir hier noch vielleicht irgendwo... Ne, aber vielleicht können wir jetzt hier mal so ne Wassermelone wieder hin platzieren. Und zwar... Also der hier ist im Weg. Den möchte ich weg haben. Genau, der ist auch im Weg. Und dann können wir hier am Wasserrand vielleicht noch ne Wassermelone hin platzieren. Da haben wir ne Fackel. Äh, ne Lagerfeuer. Da packen wir jetzt mal trotzdem eine Raterne drauf. In Licht. Noch was? Eigentlich nicht, oder? Obwohl, hier könnte man zumindest noch ne... Scaffolding mit Kerzen draufstellen. Zwei. Wenn man hier lang läuft zumindest noch sieht... Oh, hier rechts ist ja was. Und dann... Das Blümchen ist ja eigentlich ganz nett. Finde ich gut. Slaps. Zack. 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 Haben wir noch irgendwo was gehabt? Ne, ne? Hier wächst das Bambus noch. Hier waren schon Slaps. Boah, ne. Ich find das richtig schön. Also richtig gut bewachsen, muss ich sagen. Den hier mach ich noch weg. Ne. Das find ich gut. Äh, machen wir's von der anderen Seite her. Aber ich fang nicht von hier aus an, sondern... Wirklich wieder von der Brücke an. So. Und zwar. Ich weiß nicht, aber die Blumen hier direkt am Anfang find ich blöd. Der kann von mir aus bleiben. Das muss ein bisschen weg. Das kann auch weg. Der kann auch weg. Der kann eventuell bleiben. Weiß ich noch nicht. Der... Weiß ich nicht. Aber das muss weg. Und die beiden auch. Sonst wird's zu viel. Der auch. Die auch. Und dann gucken wir noch. Wir fangen erstmal hier unten an. Äh, da haben wir eine Sitzbank. Einfach so eine Sitzbank. Können wir eigentlich auch mal wieder machen. Ja, die Leaves sind immer noch... Also die, die bleiben erstmal so. Nicht wundern an Leute, die gerade jetzt erst einschalten. Da haben wir auch Bambus, was auch gut ist. Weil so Bambus... Ist eigentlich immer ganz cool, wenn das da so ein bisschen wächst. Da hinten tut's... Wächst's ja noch. Ähm... Hier ganz am Anfang würde ich eigentlich gar nichts hinplätzen. Sondern das Erste, was ich wirklich mache... Erstmal die Fackeln weg. Und... Hier eine Wassermelone hin. Und mit einer... Laterne als erstes. Damit wir dann Ausleuchtung hier haben. Die Sonne geht runter. Ich würde dann nochmal aber ins Bett gehen. Ich glaub, den mach ich weg, weil ich hier auch einfach eine stinknormale Bank nochmal hinmachen möchte. Also so, so. Dadurch natürlich auch die Blümchen weg. Einfach eine normale Bank. Blumentopf. Wir holen uns... Also ich leg mich jetzt mal ins Bett, weil ich möchte kurz am Tag noch ein bisschen rumspielen. Und... Äh... Holen uns nochmal einen Blumentopf. Und ich möchte halt am Tag spielen, weil, äh... Der Tag hat halt mehr... Verlangt mehr Bitrate als eine Nacht. Und ich möchte halt gucken, wie groß meine Aufnahmendateien werden. Um das dann mal richtig einzustellen. Wie? Immer noch nicht. Dann machen wir halt erst... Falls ich nicht irgendwo natürlich schon welche habe. Nein. Ja, wo... Habe ich... Bricks? Oder habe ich überhaupt welche? Ich kann mich nicht nur mit dran erinnern, wo ich die reingemacht habe und soll. Ich glaube, ich habe nämlich auch keine. Also Clay. Hey. Hm. Und das sieht. Ich glaube, ich habe... Kein... Clay. Nee, da, 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 da nicht. Nee. Also... Verdammt. Ich will doch nur einen Topf haben. Besorgen wir uns mal ein, zwei Blöcke Clay gleich. Oh, Moment. Wo gehe ich denn hin? Ich wollte ins Bett. Ach. Das ist ja doof. Aber... Sind ja eigentlich leicht zu finden. Wir fliegen einfach mal da drüben, einfach mal Richtung Wasser. Ich meine, zwei Blöcke oder so reichen ja. Boah, Alter. Wie geil die Sonne scheint. Oh, Entschuldigung. So, und dann gucken wir mal hier, ob wir irgendwo was finden. Weil es ist ja meistens immer am Wasser oder im Wasser. Das ist ja alles Sand, ne? Oder ist das da Clay? Ich weiß gar nicht, wie das mir aussieht. Hallo? Hallo? Ah, Clay. Seht ihr? Das reicht doch schon. 48, jawohl. Ging schneller als gedacht. Ah, ist das nicht schön? So, wir haben ja auch direkt hier eine Crafting Table. Da können wir das Clay. Doof. Muss es ja erstmal einschmelzen. So, wir können auch währenddessen mal die Schere entnehmen. Die Rose können wir vielleicht eventuell gleich in einen Blumentopf packen. Strings machen wir mal hier rein. Und jetzt zwei Erdblöcke. Bisschen Platz im Inventar packen. Komm, ein dritter. Mann, dauert das lange. So, da haben wir wenigstens einen Topf erstmal. Boom. Das hat jetzt so lange gedauert, dass ich gar nicht mehr weiß, wofür ich das genau verwenden wollte. Ja, das mit den Bambus ist schon cool. Gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Und hier... ...wächst es noch. So, wir waren hier. Ah, ich wollte hier einfach irgendwo, und zwar einfach hier würde ich jetzt mal sagen, einen Topf hin platzieren. Ein Bambus. Und da wieder dann ein Büschchen sozusagen drüber machen. Ähm... So. So wollte ich das machen. Und dann könnte man... Moment. Ne, ne. Wir machen hier was. Und zwar kann man nämlich hier... ...eine Laterne runterhängeln lassen. Und trotzdem könnte man dann hier ein Scaffolding platzieren als Tisch. Wo ich denn... ...weiße Fac... Äh, Fackeln, sag ich schon. Vier weiße Kerzen dran mache. Boom. Und Feuerzeug mal kaputt. Aber das ist doch okay. Hm? Wenn man hier sitzt... ...hat man eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Dann geht's hier weiter. Äh... Was könnte man jetzt hier machen? Ähm... Klar könnte man sagen, hier kommen wir machen hier auch mal zwei Büschel hin. Ist eigentlich ganz nett. Wie gesagt, ohne Texturpaket. Hm. Weiß ich nicht. Aber wir benutzen es ja deswegen. Alles gut. So. Auch vielleicht auch mal hier hinter der Bank. Hier müssen wir was hinmachen. Vielleicht können wir hier auch einfach... Was können wir da hinmachen? Die haben ja nicht mehr mehr Lagerfeuer, ne? Merke ich gerade. Also auf jeden Fall... ...muss hier noch was hin. Und hier noch etwas hin. Und dann haben wir es eigentlich so gut wie... ...geschafft. Äh... Aber ein Lagerfeuer auf jeden Fall. Und zwar würde ich ein größeres Lagerfeuer wieder hier machen. Und hier... Hm... Hm. Was können wir hier machen? Hm. Da können wir jetzt einfach mal sagen... Ne. Scaffolding habe ich ja da schon hin platziert. Nehmen wir mal wieder so einen künstlichen Baum. So. So. Wieso machst du das jetzt ab? Ich möchte es höher haben, deswegen. Ich möchte es höher haben und möchte mal so haben, damit es nicht immer gleich ist. Das ist okay. So und hier machen wir noch ein Lagerfeuer hin. Und holen uns nochmal ein Feuerzeug. Okay. Aber das machen wir dann alles morgen. So, ein Screenshot noch gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaltet doch morgen am Freitag dann nochmal ein. Um 18.01 Uhr. Das wird dann vorübergehend erstmal die letzte Folge sein, weil zwischen den Jahren mal eine Woche Pause ist, dachte ich mir. Ja, aber dazu dann morgen nochmal mehr. Ja, morgen 18.01 Uhr geht es weiter. Bis dann. Ciao.